Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gangrave Gore. Wir sind auf dem Weg nach Vietnam bzw. wir sind schon da und ich bin mal gespannt was hier so los ist. Wir sind jetzt hier in Hongkong fertig. Wir haben jetzt das äußere Scumland, das innere Scumland, Hongkong durch und jetzt kommt Vietnam. Grave hat den Spieß umgedreht und Yen Sen, der ihn unbedingt töten wollte, eliminiert. Zum Glück gab es auf seinem Dropship einige Hinweise. Warum um Himmels Willen hat der Raven-Clan den Seed-Kern aus Scumland geschafft? Was hat es mit dieser Seed-Raffinerie in Vietnam auf sich? Wir müssen uns beeilen und ihre Pläne aufdecken. Der Boss wird mit dieser Seed-Infektion nicht lange überleben. Ja. Es gibt eine blödsinnere Umgebung außerhalb der Refinierung. Das könnte nur eine komplette Sektion nicht. Oder vielleicht etwas... Und ich meine, etwas interessantes. Grave, sehen Sie, ob Sie einen Weg finden zu dieser Umgebung. Wir können eine Verbindung. Wir sind ungefähr da. Ich glaube, wir können sicherlich nahe zu der Refinierung entdecken. Wir sind mit dem Yen Sen's Dropship. Schade, wir spielen jetzt schon wieder mit Grave. Ich würde mit Bungee wieder spielen. Der war richtig stark unterwegs. Der Bursche. Ich habe Bock auf den. Naja. Kick der Ass. Oh, da sind sie schon. Na, hoppa. Hoppala. Okay. Schönes Gebiet hier. So von der Optik. Also nicht von der Grafik, sondern wirklich von der Optik her. Er erinnert sich ein bisschen an Crisis 1 gefühlt. Was ist das da? Wat bist du? Oh fuck, da sind noch Minen am Boden, ha? Da, los. Ja, los. Reaktion in die Luft. Kann sich das sogar noch unsichtbar machen. Ist das mit dir verkehrt? Sag mal. Hier, bitteschön. Ich sehe dich schon da am Boden. Ah, er ist tot. Okay. Ist das nervig, wenn die sich unsichtbar machen. Hinter mir? Was ist denn hinter mir? Da ist ja nur einer. Macht ja nix. Ey! Komm mal, raussah das Zeug. Sehr gut. Na komm. Ey! Bitteschön. Hier, könnt ihr wieder haben. Ah. Und du auch noch. Du kannst in den Boden rein. So, dille. Haben wir die da noch auf den Dächern? Und? Scheiße, ey. Du nervst. Warum kann ich das nicht auf ihn? Könnten wir jetzt stundenlang so machen, ha? Ich lass ihn einfach töten. Da war, glaub ich, noch einer. Oder? Nee. Huh, boy. Na komm, schließ ihn auf hier. Sag mal. Warum müsst ihr so nerven? Weg da. Die leben ja noch. So. Was ist mit dem Wasser? Was soll ich da aufpassen? Ja, da sind halt einfach Minen drin. Wahrscheinlich, ne? Ja. Kann man. Nee, Alter, lass mich doch ein bisschen... Lass doch da... Ja, genau auf das da zählen. Danke. Oh, der ist schon tot. Okay. Perfekt. Ah, nee, die Würmer sind noch da drin. Okay. Ja, kein Problem. Shit, das ist auch noch richtiges Wasser. Oh, boy. Ähm. Komm. Ich hab eh drei von den Zerstörungspunkten. Da kannst du auch alles bisschen raushauen hier. Bisschen auf den Puls hauen. Guck mal. Nochmal. Siehste, Grave? Macht doch Spaß, oder? Hoppala. Hoppala. Ey. Komm. Schlitzen. Sehr gut. Und Bäm. Was sind das hier schon wieder für Dinge? Come on, erledige sie. Jag sie in die Luft. Oh Gott. Der hinter mir ist auch noch was. Eieiei. Come on. Uh, der Schild ist weg. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Lass mich mal in Ruhe hier. And nochmal. Und hier. Alle sind schön auf einem kleinen Haufen. Von daher. Ist easy. Easy peasy. Von wo kommst du denn jetzt auf einmal? Zieh mal ab hier, Junge. Wie viele das sind. Ihr nervt aber alle zusammen. Wisst ihr das? Was? Ja, los. Ich gebe mir noch ein paar Artpunkte. Und jetzt ist die Tür aufgelangen da hinten. Das ist, äh, super. Ich würde aber auch gerne einfach da nach hinten gehen. Ohne weitere Begleiter. Was ist das? Was ist das denn für Dinger da? Guck mal. Das ist ja perfekt. Perfekt stehen die da. Da wumms, die wumms. So machen wir's. Was? Wie viele, ey. Na komm. Nochmal. Sehr schön. Meisten. Alter, wie viele kommen denn da bitte noch? Heieieieieiei. Heieieiei. Heieieiei. Was machst du da? Grave? Mach mal. Alter, das ist, äh, die gehen schon ab hier, die Kollegen. Das muss ich ihnen lassen. Hier, mach mal, nimm mal dein Schild. Moment. Nochmal ein bisschen Schild verbessern, danke. Von meiner von euch. Ja, oder beide. Lasst mich mein Schild verbessern. Okay. Ja, ja, die Doors. Ich weiß doch. Lass mich die da zuerst mal ledigen. Die müssen auch irgendwie drauf gehen, oder? Wo sind die Nächsten? Na, da kommen sie schon. Perliane, oder was? Wäre die Psychische ausgesehen, als würde der Perliane hier zu mir schwingen. Weg da. Der Nächste, bitte. Du auch. Komm mal her. Ja, gut. Weißt du was? Mach mal so. Das ist perfekt. Dann habe ich nämlich auch wieder full life. Das ist, äh, super. Schild hat sie auch wieder ein bisschen regeneriert. Dann sind die da als nächstes dran. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wait a minute. Na los. Wir sitzen mal drauf gehen. Dankeschön. Geht doch. Da kommt schon die Nächste Welle. Sollen sie nur kommen. Mach mal dich mal. Ja. Ja. Come on. Oh. Explodiert ist er. Zweiter ist auch tot. Ja. Zack. Okay. Nein, die Kombos weg. Da sind noch Minen am Boden. Ist gar nicht geil. Sollen die da draufstehen? Das ist in Ordnung. Das können sie von mir aus machen. Selber rein. Reinknallen. Na, komm schon. Haben wir's? Danke. Oh, hoppala. Ich habe schon wieder drei, alle drei Zerstörungspunkte, ey. Ist wieder ein bisschen verbrauchen gehen. Was, watch your health? Ja. Ach, Mann, ey. Ihr nervt, Mann. Jagst in die Luft. Komm. Ja, das... Nee, das war nicht der Plan. Das hier war der Plan. Mach mal den. Ich habe ja genug Punkte. Kann ich vor allem wieder die HP regenerieren. Ja, gut. Da oben ist noch was. Hier. Da hinten. Bisschen Schild regenerieren. Nochmal bisschen Schild regenerieren. Ja, können wir den Nahkampf-Dingens da machen. Ah, shit, die sind schon tot, okay. Also die Gefechte hier auf Vietnam, die sind, äh... Die sind also um einiges anders als auch in Hongkong. Irgendeiner schießt da immer noch. Ah ja, guck mal, da kommen schon die Nächsten. Da los. Gib ihn. So richtig. Äh, 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 ey! Äh, 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 ey! Ich finde das gar nicht schön. Vor allem, dass ich nichts gesehen habe. Finde ich nicht so schön. Ist ja wie ein Spießrutenlauf hier. Hoppala. Kann man. Mann, ihr nervt. Na komm. Hab ja noch genug, äh, Zerstörungspunkte. Den... Hab ja immer noch einen und den Nächsten ist ja auch schon wieder auf dem Weg. Beziehungsweise den Nächsten habe ich jetzt dann schon wieder. Jetzt. Na, kann ich wieder ordentlich auf den Putz hauen. Noch mehr als sonst. Ja, nimm den mal da. Brauche den... Schill wieder auf maximal, bitte. Na komm. Na gut. Hinter auch. Dann dich noch. Easy. Dann können wir jetzt reingehen. Hat da grad noch was? Oh. Hinter mir schon wieder. Wie viele von denen kommen denn hier noch? Sie geben nicht auf. Das muss man ihnen lassen. Na, jetzt kommen die Dinger wieder, ha? Come on. Bam, Junge. Wo sind die Nächsten, ha? Sollen nur kommen. Da ist da wieder das Giftwasser. Das habe ich, äh... Habe ich keinen Bock drauf. Okay. Da hinten haben wir noch einen. Oder mehrere. Ist auch in Ordnung. Und ich hab drei Zerstörungspunkte. Wenn ich die... Alle jetzt so ein bisschen versammeln. Guck mal, wie viele ich dann treffe. Behemme, Junge. So muss es sein. Ja, scheiße auf Upper Levels. Oder was auch immer da ist. Wo denn? Ah, die da oben meinst du? Ja, mach mal so, komm. Okay, ich hab Gott sei Dank getroffen. Ist ja schon mal etwas. Na, komm. Erledige sie. Kann die nicht packen. Das ist schade. Okay, jetzt muss ich... Doch nicht da hoch. Er macht es selber. Das war sogar das Level. Okay, okay. Nur eine 90%ige Tötungskohle. Okay. Naja. 3.000 habe ich hier. Ich glaube, ich warte mal noch... Ein Level up, oder? Bis ich noch was freischalte. Ja, ja. Dann geht's ins Gebiet 2 von Vietnam als nächstes. Das ist allerdings morgen der Fall. Denn für heute ist... Schlusikowski. Ich bedanke mich beim Zuschauen und wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.